aber es wird ja hell mittlerweile eh es wird hell ok klasse Mensch la 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 oh es ist jetzt ganz hell jetzt wird's hell ja also nicht mehr vor die Filme von Papa schießen äh Papa noch das heißt in Ruhe alles zusammensuchen immer wieder wenn man es hinten was wir nehmen müssen und wenn alles voll ist dann stiefel ich da hin und das abmacht den Termin bis in 3 haben wir jetzt halt ein bisschen früher hingehen wenn es möglich ist ich habe aus Versehen geschossen nicht schießen die Patronen sind die Patronen sind echt da rar, ich würde langsam tun ja ich weiß ich musste gerade damit klarkommen wie ich schließe alles aus Markus, aus das war vorhin das ne nein nein das ist ja das noch vorhin gewesen nein nein das ist ein anderes nein dann gehe ich rein ach so doch das war's vorhin oh ich bin ich drüben wer schießt da nein ich nicht Markus, ich brauche Hilfe wir kommen wir kommen aus dem das schießt da noch mich nein renn weg renn weg renn weg renn weg digger lauf weg bitte wohin er lauf dir erstmal das ist es wurscht und wenn du irgendwo weiter weg bist von ihm dann ganz schnell im Busch reinsitzen und x drücken oder was auch immer du zum ducken machst und ganz leise sitzen bleiben man findet dich im spiel so gut wie nicht aber du musst wirklich weit weg von ihm sein sonst sieht er dich ja wo du hinsitzt ich höre schießen er schießt er schießt er schießt da siehst du das zick-tack laufen zick-tack laufen digger lauf zick-tack genau das meinst du das meine ich Marcel das meine ich die Leute sind so rigoros hier ja weil er zuerst geschossen hat er hat wahrscheinlich nein ich hab nicht auf den Kopf geschossen du hast für ihn auf ihn du hast für ihn auf was geschossen hast du gesagt nein ich hab auf den in den Himmel geschossen das wusste er aber nicht ja dann soll er es jetzt wissen du hast ja mit schlafenden du kannst reden indem du rennst und dann die Pfeil hoch runtertasse drückst und dann kannst du losquatschen dann hört man dich mit dem Spiel drin warte ja ich ne ich kann F2 drücken ich glaube er ist weg lauf weiter noch setz dich irgendwo in den Busch rein und bewege dich nicht ganz tief in den Busch in so einem grünen ich schwimm jetzt erstmal ne Runde dann kriegt er dich jetzt gleich ok dann ist er auf jeden Fall rüber gelaufen Sammy jetzt müssen wir aufpassen wenn du drüben bist versuch dich auch hier zu verstecken ja ich sollte mal was essen meine Gesundheit ist auf 12% oder halt das ganz unterste was ist das das ist ja schon mal ich bin verletzt die Masturin von der Ausruhe eben über die Radiktivität Markus blutet es da Marcel also ich halte mal jetzt alles weg zu sein ok ich kann nur in der Welt also es gab meine Gesundheit geht weg 8% 7% ja ja er blutet dann ist irgendwo ein Blutstropf an der Seite oder sowas dran hast du ein T-Shirt zum Ausziehen schnell Markus mach du Rap Marcel nein ich hab gar nichts nichts da ist er Markus wir sind gleich bei dir halt durch Markus auslocken wieder einlocken Marcel schnell ok Marcel auslocken wie mach ich das ja start rücken und weg hier escape ja und dann und raus exit gehen exit the game meinst du bist du Mann mach jetzt exit the game Mensch exit the game vielleicht muss er irgendein Server nochmal suchen oder was egal exit game exit game mach hin dann ist er gleich tot ich bin tot ne zweite Leiche alles ist richtig ok wo kommt er jetzt raus jetzt sind wir hier und er ist wieder woanders ja pass auf seien wir da unten ist der Typ gewesen ne ja pass auf jetzt da unten rennt einer sorry dass ich halt auch mal was ausprobieren jetzt guck ich halt mal wo ich bin Markus wo bist du? oder? hinter dir 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 aber das hätte ich am Tag ich versuch aber ich möchte auch ich weiss du wir in der Brerie ich denke der wird uns zuerst sehen das heißt er ist ihm eine Weile hinterher gerannt Richtung Wasser runter in dem Fall ja ich bin über die andere Seite drüber und er ist hinterher aber jetzt bin ich woanders aber wir sind jetzt in der Mitte von der Karte normalerweise müsste er immer wieder hier aufspaaren also jetzt sehe ich ein Dorf ach man großes Dorf? äh ja also es ist eher größer ok geh mal hin und guck ob du gleich am Anfang von dem Eingang mit der Straße siehst äh 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 ein Namensschild findest also ein Dings ein Ortsschild also jetzt bin ich mal bin ich mal weiter gelaufen dann ist hier ein großer Wendeplatz hier hat ein Haus ein ganz blaues Vorderdach oder so eine Plane drüber das ist ganz mal das Planverhalten siehst du was du machst ne Markus? ne alles weg meine Waffe weg alles weg so ein Arschloch er hat diesen Rieger Rosemassel hier in dem Spiel also es gibt freundliche wir hatten das schon da haben sie uns super aufgenommen da sind wir in der Gruppe marschieren gegangen und dann gibt es halt solche Leute ne? du kannst jetzt Markus du kannst jetzt du kannst jetzt schleichen schnell schleichen Markus drücke mal räuchte mal ah ja guck mal Digga das geht endlich äh nice wartet mal ganz kurz wartet im Schleichmodus ganz schnell schleichen geht unten das ist natürlich nice da steht immer drauf willkommen to ja der Ortsschild halt Markus also wenn mich jetzt nichts täuscht dann wisst ihr doch vorhin wo ich gesagt hab die Windmühlen nein ich bin zurück hör mir zu nein ihr wisst ja wo ich das gesagt hab ja ja und da bist du natürlich nicht ok und ne da hab ich doch euch erzählt da hab ich so ne Brücke gesehen entweder war es eine Holzbrücke oder eine Metallbrücke also wieder hinten also noch weiter hinten also noch weiter hinten aber ich versuche jetzt mal in die Richtung zu rennen vielleicht finde ich da äh vielleicht weiß ich ja wo die Windmühlen dann sind dann kommen wir mit Markus können können wir es ja wir brauchen nicht da wieder zurückgehen der soll jetzt hier vorkommen sollen wir gucken dass wir ans wasser kommt seine Pistole holen uns was der muss ja normalerweise als wasserweiche rumliegen ich bin schon weiß ich bin hoch gerannt da noch und dann bin ich gestorben eben aber der wird sie doch nicht ewig aufhalten aber die Frage ist wo willst du ihn finden du kannst sogar aus der Hocke springen Digga wenn du hockst kannst du sogar springen jetzt du guck dir das an ich soll euch einen Gruß sagen von? von meiner Freundin danke ja nette 3 3 3 3 3 3 auch nur ich kann auch nur einmal danach falle ich um wie ein Eisbären mit dem Betreuungsfall in den Arsch ich werde hohen das ist aber nicht der Typ ja entweder ist der Typ weg oder er sitzt immer noch irgendwo da na sitzen wird er nicht mehr na ne wo bin ich denn jetzt ich bin durch den Wald gerannt ja ja und jetzt sehe ich hier kaputte Autos und ne und Bänke Alter das ist doch gar nicht das Haus nein nein rein rein wo schreien wo schreien ich warum muss ich immer hier rein ich hab Angst weil ich den Arsch sich den Tor oh Dose ich erst mal was du sicherst mir den Arsch wenn hier drin einer ist mit der Waffe genau naja das muss man sagen ok das kann nicht sein weil somit habe ich niemals gucken können also guck einfach dass du Häuser findest was wie gesagt sammeln tust die Sachen die du brauchst ganz wichtig und guck dass du irgendwie an die Karte rankommst oder ein Namensschild oder sowas dann kann man dir sagen wo du bist dann können wir uns treffen das ist relativ easy hier die die Karte zu merken irgendwann ja für mich jetzt nicht aber ja er ist auch alt ne ja das Spiel ist nur was für junge Leute ja ich spiele nicht alleine eben sonst würde ich total verlaufen ich sehe was ich sehe was ich sehe was was du nicht siehst und das ist äh es scheint mal ganz noch weit weg zu sein ein orangenes Haus glaube ich das ist gut das ist gut ich weiß genau wo du bist ich weiß genau wo du bist ich weiß genau wo du bist ok warte ich sag euch gleich für Scheid siehst du Sammi das ist das geile was ich hier finde es ist die Zeit was hier alles so drin ist im Spiel es passt einfach alles zusammen auch die Flachbildschirme und sowas ja wie bei Fallout so alte Dinger sind ja das haut dann einfach nicht hin irgendwie ne hast du solche modernen Autos die mit mit ja ich weiß nicht hab man das vielleicht ja vor allen Dingen so viele Sachen ich hab ne Jägerhütte geil guck rein da kriegst du Anbrust Digga schau dich um da kriegst du entweder einen Pfeil und Bogen oder einen Anbrust die Sonne sieht so geil aus ja mann so nice oder wohin denn achso ich wüsste nicht wohin ne achso Sammi ja Achtung eine Sache meine Frau spielt ja No Man's Sky ne viele haben ja gesagt oh man findet nichts ne meine Frau hat 34 Plätze beim Exoskelett äh Exoanzug 34 Plätze ok da war leider nichts drin ne und hat 2.458.334 Euro äh Juni ich hab 3 Schilder ok ok so wohin auf die Straße vorkommen ich hab Pinecrest wieder Pinecrest das ist das Pinecrest das war Halt Sammi das ist die Autorennenwerkstatt Sammi woher wird woher wird Davor habe ich das Schild gelesen Davor habe ich das Schild gelesen Davor habe ich das Schild gelesen der ist da gerade mit dem Hügel drüber eh Laufrichtung Pinecrest Marcel Laufrichtung Pinecrest Laufrichtung Pinecrest Laufrichtung Pinecrest Richtung Pinecrest hier soll ich da wieder langlaufen ja 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 ok ich komme dann wieder zu der Autowerkstatt aber da müsst ihr halt aufpassen auf der weil da sitzt der Typ ja kommst zur Autowerkstatt? ach so zur Autowerkstatt ja Pinecrest und dann steht ja Derby dran also das heißt da ist eine Autowerkne Flagge und eine amerikanische Flagge ist ja sag ich doch die ganze Zeit sag ich doch die ganze Zeit da unten ist ein Containerhafen Markus das ist Dings hier Militär wir sind bei der Militär Base ja der war hier in der Nähe wir waren alle zusammen gewesen also wenn du auf die Straße laufst lauf auf der Straße und komm hier zu uns gelaufen nicht um Pinecrest den müssten wir gleich sehen hier vorbeischießen und Semi erschießt dann schon mal nicht gleich ja du wenn der mir da direkt vor der Flinsel läuft Flinsel genauer schießt mich nicht wieder ja dann dann musst du dich halt nicht vor die Kugel du musst die Kugel nicht aufhalten ich wollte sie auffangen das ist halt das Übel hier bei dem Spiel ein Schuss so hoch ein Schuss richtig getroffen und dann bist du weg ja ja merkt man ist auch bei GTA auch so wenn du Headshots machst ach was das dauert doch nö nö es kommt aber an was du für ne Waffe schießt also es gibt Waffen da brauchst du hunderttausend Schüsse bis er erstmal stirbt h 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 Eine Packung haben wir noch. Okay, dann gehe ich zurückfällig damit um. In dein Ding eingehangen. Hab ich das? Äh. Hab ich das wirklich reingehangen? Guck mal in die Mitte rein. Ich sehe was ganz anderes. Eine Ostschaft? Äh, nee, eine Tankstelle. Hab ich mir gerade gedacht schon. Willkommen zu Pinecrest. Das ist doch nur die Tankstelle. Ich dachte, es geht dahin, aber... Hm, dann bleib ich bei der Tankstelle. Markus weiß, wo es hingeht. Sag ich mal, guck auf das Schild. Verdammt. Soll ich da mal nachgucken? Gib Gummi, Alter. Bleib tot, Markus. Ja, ich meine ja mal hier so nachgucken, reingucken. Ja, ja, aber vorsichtig, weil es sind schießwürdige Leute unterwegs. Man sieht zwar nicht, wie viele im Server gerade drin sind. Und immer gut gucken, Marcel. Gut, guck mal auf jeden beweglichen Fussel, den du siehst, ne? Hören, ein bisschen hören, ein bisschen hören. Auf Schritte und sowas. Da war doch gerade irgendwas. Und schnell schwätzen, das hilft manchmal auch. Also wenn jemand... Ich hab ein Messer. Ja, nur immerhin. Das ist das Billigste vom Billigsten hier im Spiel. Nicht schießen, ich leere so etwas. Ja, das ist so was. Das ist eine kleine Springmesse, kann man sagen. Versuch zu quatschen mit den Leuten. Ich bin lieb. Ich aber nicht. Klong, tot. Ich bin lieb. Ich bin zwölf Jahre alt. Ich bin äh 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 20, 20, 20, 20... Äh, nee 12. Äh, wie sag man auf Englisch 12? 12, ja. 12. Wie Niederländer 12. Ja, eben. Ja, eben. Was hab ich? Drive Belt hab ich. Was auch immer das einmal. Zwölf Bälle. Alter, hast du viele Dinge an. Hier, ich sag gar... Hey, da geht's die Leiter hoch. Es fießt kaum noch, ne? Es fießt kaum noch. Es ist also sagenhaft. Also bei mir ist es zwischen 57 und 60 läuft. Aber ich merk's überhaupt nicht, dass es springt. Bei mir ist es 51, 52 tagsüber. Ja, aber gegenüber meinen. Und ich mein, meiner hat das Beste vom Besten drin. Und das... Ich find das ist gut, ey. Das ist echt... Was... Wie sieht's bei dir aus, Marcel? Du hast wahrscheinlich noch nicht mal FPS oben drin stehen bei dir, ne? Bei Steam. Warum häng meiner jetzt fest? Kommen wir jetzt von der Leiter wieder runter? Äh, F drücken. Oder halt auf dem Pad. Ich würde dir empfehlen, aufs F zu drücken. In der... Auf der Tastatur. Mach ich aber, du bleibst hängen. Ne, ne. Der zeigt dir irgendwann... Mal zeigt dir dir an, was du zu drücken hast. Ja, ich wollte eigentlich nicht... Äh... Ach so. Da stand dran, use leather. Ja. Also Leiter. Dann... Er hängt an der Leiter, Sammy. Er will hoch und runter klettern. Du musst laufen im Prinzip. Als wenn du hoch und laufen würdest. Nein. Mach doch aber nicht. Der hängt. Er hängt an der Leiter, Sammy. Und will hoch oder runter. Ja, weder an der Tastatur noch... Ähm... Machst... Kannst du W... W oder S laufen? Ich guck kurz. Ah, doch jetzt. Ah. Siehst du, er hat die schon alle genau, Sammy. Die Leiter. Ach so, okay. Da muss er sich runter damit ziehen. Ich kann ganz hoch auf Dach. Ja, aber fast auf und runterfallen. Da bricht sich schnell mal was hier. Okay, was ist das, wo er ist? Ja, ich guck nur, ob es da was gibt. Was noch? Die Tankstelle, hörst du, wo er ist? Ich sehe, vorne ist die Tankstelle, ne? Unsere. Ich bin wieder da. Genau. Das ist die Straße, wo wir sehen von weitem. Und irgendwo ist auch der andere Typ. Wir müssen auch noch mal nach. Ich sehe ein Feuer. Feuer. Ja, es ist immer... Das ist das Feuer aus dem Spiel. Ich trinke mal schon was, wenn es schon was ist. Es war kein Wasser. Ach so. Ein ganz großes Feuer sogar. Brauchst du was zum Trinken, sag ich? Nee, nee, ich habe alles. Aber Rennen tut oder hüpfen kann er nicht lang, aber Rennen kann er stundenlang, oder? Ja, das ist nun mal. Aber es sieht geil aus, also ich finde es super, super, wie er das macht. Ah. Das heißt, Leitern kann ich nur mit der Tassur machen. Ja, oder halt... Nee, normal nicht, nee. Ich weiß nicht, wie er das auflacht. Mit der Leiter musst du... Ja, so wie wenn du was aufnehmen würdest mit F. Also was nimmt man da? Ja, ich bin ja drauf gewesen, aber dann... Eben, laufen. Ich war ja drauf, aber ich konnte mit dem Controller, konnte ich nichts machen. Das heißt, ich konnte nicht hoch und runter. Jetzt habe ich mit W und S gemacht, das ging. Ja, dann versuch doch schnell mit der Tassatur kennenzulernen, Markus. Es geht ganz einfach mal. Nee, ich mache die paar Dinger da, das ist egal. Soll ich Benzin, so ein Diesel kann ich da mitnehmen? Ja, nimm mit. Gut, habe ich mitgenommen. So was auch immer der gute... Hör mal, ein Auto, wir können hier Auto fahren. In dem Spiel. Ach ja, Busse, Polizeiautos, Fahrräder, Geländerwagen. Ich hätte das Boot mitnehmen können. Das Boot kann man auch aufrüsten. Richtig. Ah, das sieht so gut aus, das sieht richtig neu aus. Aber schieß mich bitte nicht gleich, wenn ihr kommt, okay? Das lass dich an dir. Ich werde gleich tot. Ich werde gleich tot sein. Nur zur Info, ich spiele alles auf Rary Hike, ne? Ich weiß. Ja, ich gehe auch. Nur auf Hike, ich auf Rary Hike. Ach so, das gibt ja nicht mehr mit Rary Hike. Oh, oh, da rennt einer an der Tankstelle. Ja, ja. Markus, bist du das, Marcel? Was denn? Bist du an der Tankstelle, einem roten Schild, Markus? Marcel? Warte. Bist du jetzt? Ja, also wir sind hier. Ist ja das. Ich denke, ich hoffe es. Bist du am Schild, Marcel? An der Schild. Ich bist auf der Straße, Marcel. Ach so, da kommt sie. Ja, ich bin hier. Hier, hier. Okay, ihm schnell. Markus, du fängst an, ihm schnell zu geben. Ich halte Wache, solange. Okay, komm, in die Ecke, Marcel. Ja, da kommt schon einer. Also es heißt, so ein Monster kommt. Müsste da unten stehen. Okay, Marcel, komm in die Ecke. Komm, wer wirst du? Hier, in die Ecke. Hier, hier, Ecke. Hinter dir. Hier. Ah. Ah. Komm, mal schnell in die Ecke kleiner. Ich gehe hoch. Marcel, Marcel. Ich, Markus, ich gehe hoch auf Sachen, ne? Okay, beeil dich. Marcel, Achtung, es kommt raus. Einmal. Warte. Jetzt, okay. Achtung, jetzt haben wir ein zweites gleich. Zweites? Mhm. Nächstes? Hast du? Ja, ich habe alles bis jetzt. Aber noch nicht angezogen, ja? Das T-Shirt. Achso, warte, dann ziehe ich gerade mal an. Dann mache ich das andere mal zu einem Verband. Okay. Okay, noch was? Achtung. War der Koberhut? Ist immer gut. Ach, schade, ich entschuldige auch noch, das hättet du. Die Trinklase. Genau, trink da was noch, wenn du was brauchst. Wer sollte ich mal? Mit so einer Flasche füllst du... Konsum, oder was? Genau, mit so einer Flasche füllst du komplett auf wieder, ne? Ich bräuchte mal Essen, wenn einer von euch hat. Ja, kriegst du. Achtung. Essen. Eins. Achtung, nochmal. Achtung, nochmal. Wie viel hast du Prozent? Äh, 77 Prozent, das geht ja noch. Okay, für eine Karte, Marcel. So. Und deine Axt. Achtung. Das sieht so warmer aus, das Spiel. Ah, ich habe keinen Platz mehr. Äh, da schmeißt du es besser weg, Marcel. Warum? Und wie schmeißt du es weg? Einfach, einfach, seit ich wegschmeißen, weg, raus, rausschieben. Aber kann jetzt schnell hinabgelaufen. Ah, okay, ich habe es. Wenn du raus springen kannst, dann auch gleich. Es ging früher alles nicht. Ähm. Wo ist da? Habe ich jetzt die Axt? Ja, ich habe die Axt. Okay. Okay, ich habe alles. Noch was, ganz wichtig. Geh mal Inventar rein. Aha. Da steht oben drauf, Inventory. Genau, Crafting und Clan. Genau, Clan müssen wir noch erstellen. Crafting, Crafting siehst du. Wenn du anklickst, Crafting, dann steht drauf, was du alles craften kannst. Close, wenn du das auch machst. Äh, Horse, was? Was ist das? Äh, genau. Clode, Clode ist das. Clode, Hide, Medical. Ja, genau. Amt, Spieler, Spieler. Wo? Wo? Links, links, links. Links. Auf der Straße? Auf der Straße, ja. Wo sehe ich den nicht? Wo soll ich hin? Er hat nicht verkrümelt. Ich bin auf dem Dach, Markus, wenn du hochkommst. Ja, ja. Ach, seh ich hinten auf dem Dach, los. Gummi. Auf der Wiese oder auf der Wiese? Auf der Wiese. Auf der Wiese hat er sich verkrümelt gerade. Ich sehe ihn nicht, verdammt. Ich bin gleich oben. Schön, die Straße zu beobachten. Schön, die Straße zu beobachten. Versteck mich mal. Und zwar über die Straße drüber. Oh, sie sind? Über die Straße drüber in Gebüsch, habe ich ihn gesehen. Rannte, er hat sich verkrümelt. Ach, da drüben? Ja. Okay, dann geht er außenrum. Der geht außenrum. Ich guck, nehm die andere Seite kurz. In Augen schreit. Allerdings, wenn er ein gutes Scharfschützengewehr hat, dann wird er gut. Ja, ich bräuchte eins, weil dann könnte ich nämlich, weil mit Scharfschützengewehr kann ich voll gut umgehen. Ja, das ist das Übel, was er ist. Es gibt sehr wenig Munition hier in dem Spiel. Also, das ist nicht so übermäßig. Realitätsmäßig, also nicht wie bei GTA. Genau. Hier unbedingt einen dritten Weltkrieg anfangen, ist nicht so gut. Weil den kannst du nicht zu Ende führen. Ja, und da hinten, und wenn wir jetzt runterlaufen würden, da ist eine ganz große Ortschaft. Und ein Feuer und alles. Hallo, wir wurden hier. Ja. Ja. Vielen Dank.